Let's take it down So Schön vorsichtig sein hier jetzt Können überall Gegner lauern Entschuldigung So, dann fähre ich mal hier kurz die Barrikade Geh mal weg Du hast keinen Kopf mehr, also hör auf zu gehen Okay, bis jetzt habe ich echt nur einen Okay, einen zweiten Gegner gesehen Was war das denn? Tschüss Oh, dich habe ich Wüten gemacht, tut mir leid Kann ich hier durch? Nope Lol, Alter, wir haben sieben Kills, die Gegner nicht ein Nee Das wird aber schon so bleiben Erstmal, du, das kann ich dir versprechen Komm, ich nehme mal die Schotze Muss mich erstmal dran gewöhnen, dass ich nichts drücken brauche, um eine Waffe aufzusammeln Was war das denn, ey Das hat aber perfekt gepasst, dass da so eine Lücke war Ah, jetzt bin ich schon wieder da in Deckung gegangen Okay Nein, die Gegner haben einen Kill Nee, das macht keinen Sinn mehr, ich gehe raus aus dem Spiel Wo geht's denn hier hin? Erstmal nach hinten checken Dass mich keiner wegholt Mich verfolgt Hallo? Da scheint Party zu gehen Okay, Party vorbei Tschüss Oh Was ist das? Achso, eine Katz 12 Die kenne ich ja schon Nein Alter Da hockt er da um die Ecke Da hockt er oben der Ecke Was ein Schwein, ey Kann nicht sein Ernst sein Ah, aber gewonnen Souverän 11 zu 4 Also Das war ja mal eindeutig Wir haben aber auch einen auf unserer Seite Der ist Level 7 Das heißt, der hat sich das Spiel so gekauft Der hat auch schon eine andere Waffe Und äh, der spielt halt nicht die Demo Die Lancer CQBZ Bist du, er hat sogar ein Visier drauf Nicht schlecht So Ah, Zombies töten Das sollte man hinkriegen Ah Wo ist er hin? Er rennt gerade hoch Oh, hier ist eine Leiter Oh, oh, ich muss nachladen Okay Gut, der ist tot Oh Aua Auf einmal kommt er an Wir müssen mehr Zombies töten Tut mir leid für dich Da stehen wir da neben dem Fenster So Schön einsammeln hier Oh Ähm Ja gut Das Äh War jetzt nicht so gut Ich nehme mal die Shotgun wieder Denke die ist auf der Map gar nicht mal so schlecht Kannst du mal gleich wieder einen Abgang machen Och Komm Ey Wie sie fast nur mit ihren Ähm Dingern da durch die Gegend rennen Mit ihren Nahkampfwaffen Sample obtained Noch eine Minute Und die haben 10 Zombies mehr als wir Hier Granaten Bam Du auch noch Jawohl Da hab ich alle Gegner gerade getötet Ich hab grad drei Gegner getötet Alter Jawohl Ich hab hier doch gerade einen Gegner gehört Da hab ich einen gesehen Nice Oh Wir brauchen nicht mehr viel Komm los Ich brauch Zombies Jawohl Wir führen Mehr Zombies Jawohl Da haben wir das echt noch gewonnen Ich glaub das haben wir aber auch echt nur gewonnen Weil ich die drei Da getötet hab Und wir da echt 5 Sekunden lang Ruhe hatten Keine Gegner die uns abschießen Nur die Zombies Und die sind ja keine große Gefahr Lol Der eine aus unserem Team Der hat Null Punkte Er ist dann neu reingekommen So Aktenkoffer Meins Vorsicht Granaten Los Hab ich den eingetötet Ich glaub nicht oder Weiß es gerade nicht Jawohl Easy alter Wie wir hier durchrasieren 3-0 Das ist schon der Gesamtsieg Es gibt ja nur 5 Runden Alter Nice Das war ne echt kurze Hat aber ordentlich Spaß gemacht Dadurch zu rasieren Ja gut Dann würde ich sagen Hatten wir jetzt eine Runde Und dann verabschiede ich mich hier Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja Lasst ein Like da Schreibt in die Kommentare Ob ihr vielleicht mehr davon sehen wollt Denn ähm Eventuell würde ich mir das Spiel dann sogar holen Wo muss ich mal gucken Und ja Dann hoffe ich Seid ihr auch wieder beim nächsten Mal dabei Tschüss Tschüss